Herzlich Willkommen zu euren neuen Daily Videoreport. Heute bereits schon am Donnerstag. Wir haben schon fast Wochenende. Morgen ist Freitag! Ja, okay, man hört sich die Freude von euch. Es ist natürlich sehr groß. Ja, ich befinde mich gerade hier in unserem Garten, in der Gartenlaube gerade. Werden wir gleich noch einen kleinen Kräuter genehmigen. Ich bin nämlich heute hier um für unser Meerschweinchen ein bisschen... Ein bisschen Futter zu sammeln. Mit mir ist Baloo hier. Der ist gerade wieder draußen verkrümmelt gegangen. Hat noch nicht gehört. Also, wie ist denn hier im Garten? Ich war gestern hier auch gewesen. Ich habe gestern Rasen mit dem Garten. Und dementsprechend, weil der Rasen schon etwas höher war, liegt auch ein bisschen was umher. Das nehmen wir heute mit, sammeln wir jetzt auf, führen uns den Meerschweinchen zu Hause und mich nochmal niesen. Meine Güte. Ich hoffe, ihr habt auch so ein super Wetter wie hier. Mal rausgucken. Wir haben abends mal Sonnenschein draußen, nicht immer abends mal. Und genießt auf jeden Fall den Donnerstag. Wer weiß, wann es wieder so schön wird, so wie heute noch. In den nächsten Tagen wird es zwar wärmer, aber auch gleichzeitig ein bisschen feuchter von oben. Dann kommt wieder Regen auf. Für manche sagen Juhu, die Schnee hatten Juhu, Regen. Wir sagen, äh... Wir haben mal Stimmen, als wäre warm draußen werden würde. Komm her, Digga. Haben wir vor die Kamera. Komm her. Gucken wir kurz den Ding in die Zulung an, hier. Da ist er, Digga. Mein Schmusi-Dusi Baloo. Hallo, Baloo. Hallo, Baloo. Hallo, Baloo. Okay, meine Damen und Herren, das war unser Daily-Video-Report von heute. Ähm, wie ihr gesehen habt, habe ich mittlerweile 101 Abonnenten erreicht. Shaka. Aber, wenn du jetzt gerade neu auf meiner Seite bist und dir gefallen meine Daily-Videos oder auch die ganzen anderen Videos, die wir schon gemacht haben oder ich schon gemacht habe, wie auch immer. Abonnieren und teilen, abonnieren und teilen. Und wir sehen uns ja morgen wieder zu einem neuen Daily-Video-Report bereits am Freitag. Also, abonnieren, teilen, abonnieren, teilen. Tschö, bis morgen, euer Marco Lorenz und Baloo. Tschö.